Ja, wow, meine lieben Freude, weiter geht's mit Arzak und Total War Warhammer 3. Wir spielen Immortal Empires, die Orks. Und wir gehen jetzt gleich auch schon fröhlich in die nächste Runde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich. Hi, hi. Okay, dann, äh, Dingens. Ich bin auch mal richtig gesetzt. Passt alles. Sehr schön. Wollen wir mal gucken, was uns der War bringt. Gut. Komische Anzeigen bringt er auf jeden Fall schon mal bei dem einen Helden, der eine grüne, komische Fläche über sich hat. Aber er ist ja verschwunden. Das ist okay. Ja, riesiger War unterwegs. Außer Skarsniks. Der hat sich ja einfach verabschiedet. Er hat keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wieso und warum. Ich habe noch nicht mal nachgeguckt. Ich habe einfach auf Runde beenden geklickt. Da kenne ich nichts. Wir wollen nämlich hier fröhlich weiter morschen. Da gibt es gar nichts, meine Lieben. Ja, Frieden oder was? Ich habe keinen Bock, mit dir weiter Krieg zu führen. Dieses Friedensabkommen bin ich bereit einzugehen. Es war nur wegen, sag ich mal, der Urk statt. Irgendein War gescheitert. Meiner war es nicht. Was? Die Erweckungsbewegung von Ursun. Alles klar. Technologie? Jawohl. Einkommen durch Überfälle 30% erhöht. Ich habe irgendeinen Attentat wohl erfüllt. Und das ist das, was ich machen wollte. Ich wollte mal wieder nach den Gegenständen schauen. Ja, ich weiß, es nervt. Seltenheit kann man auch irgendwie ausrüstbar. Wow. Es gibt die Rüstung des Glücksritters. Die könnten wir jemanden noch anziehen. Der kann Glück gebrauchen. Unterstützung. Ja, nimm mal die Knochenstandarte mit. Nimm mal den Trollhirten von mir aus mit. Und Skarsnicks Halbmondbanner wird auf jeden Fall mitgenommen. Keine Ahnung, warum das nicht ausgerüstet war. Wahrscheinlich bin ich schuld. So. Hier ist jetzt fast alles vergeben. Gegenstände sind auch alle vergeben. Dann gehen wir hier wieder nach Seltenheit sortiert. Jawohl. So habe ich das gerne. Wunderbar. Gemacht, was ging. Skarsnick. Kannst du noch diesen einen Typen da haben? Super Blünderer. Für wen ist das denn? Keine Ahnung, für welche Helden das ist. Vielleicht der hier? Ja, aber der hat schon genug. Vor allen Dingen hat er eine Fähigkeit. Ein Level-Up hat der. Dann wollen wir ihm das doch auch mal gönnen. Bekommst mal Klingemeister. So wenigstens ein bisschen was im Nahkampf kannst. Okay. Buckelberg. Hallöchen. Da ist schon der Alarm an. Das ist richtig. Der Hexenberg hat nach unten und die dunkle Festung. Ja, die werden wir uns alle holen. Allesamt werden wir das uns holen. Zack. Ja, du magst das. Wenn du das magst, dann gehen wir hier hin. Und Atzak führt den Angriff. Entscheidender Sieg. Verliere ich irgendwas? Beim Autosolf? Nein. Und wenn es... Ja, komm. Da brauchen wir gar nicht lange nachdenken. Ich speichere trotzdem schnell, falls irgendwas komisches passiert. Und dann automatisches Gefecht. Und ausgeraubt, die Kiste. So ist es. Möchte ich die direkt besetzen. Ja. So, das haben wir mal ordentlich kaputt gemacht. Okay. Und du kommst hierher. Und gehst da mal in den Hinterhalt. Ja, Atzak, du bleibst da. Wie gesagt, Akamabokeberg kaputt gemacht. Sehr arg. Ja, das Rekrutierungsgebäude. Na, das lassen wir da erstmal. Ist okay. So, alles klar. Dann die Level-Ups. Das muss man machen, die Arcane-Kanalisierung. Das ist nie schlecht für euren Helden. Der hat auf dieser Seite jetzt das Wichtigste bekommen. Ja. Wieder auf den Beinen. Was ist denn das? Verlustverstärkungsrate für Orks. Das hätte ich gerne. Braucht ein bisschen Support hier. Ja, ganz fair ist es dann halt doch nicht. Okay. Wir haben angeblich eine Armee in einer Garnition nicht bewegt. Zuffbar abgeben oder nicht? Es gibt hier noch den Eichenhammer. Den könnten wir uns holen oder wir lassen ihn brach da liegen. Könnten aber auch Skaven drin sein. Ich weiß es nicht. Um so einen Warboss zu bekommen, mein lieber Mann. Nee. Nee. Das ist mir zu teuer. Ich verzichte tatsächlich mal auf Helden. Ich sehe hier Zwerge. Könnt ihr gerne versuchen. Ah, unsere Hauptstadt kann dadurch jetzt ausgebaut werden. Das wollen wir natürlich direkt machen. Da ist ziemlich viel von unserem Geld weg. Aber so ist das dann halt. Was haben wir eigentlich für Verträge, Dude? Okay, habe verstanden, Flatt. Habe verstanden. Nehme mich in Kauf, was du da sagst. Auf geht's, Garsnik. Ich habe mich entschieden, schnell zu reagieren. Wir müssen schnell da hoch. Ist eine lange Reise bis dahin. Das wollen wir uns nicht antun. So, Lino. Wen haben wir denn hier? Attentatgrad. 22% gegen den. Dann kommst du mal hierher. Wen haben wir vergessen? Ah, Barney hat auch nochmal ein Level ab. Das ist sehr schön. Du bekommst auf jeden Fall erstmal Ausweichen. Eine neue Forschung ist angeblich verfügbar. Ach ja. Dann gehen wir Ragnik Spinnenglaue machen. Haben kein Geld mehr. Es ist so geil. Ah, Karo Zakari kann einen Haufen Zeug machen. Oder könnte, wenn ich das wollte. Die Säulen des Grungli können auch ausgebaut werden. Ach, im Wolfsland darf ich mal was machen noch. Lasse ich aber auch mal stehen. Ja, Weltrandbogen. Du kriegst mal dieses Gebäude hier. Du darfst das hier ausbauen. Du bist jetzt mein Kandidat. So, sehr schön. Und weiter geht unser Feldzug. Mir geht die Zeit langsam. Flöten für unseren War. Mal gucken, ob wir es hinkriegen noch. Zu viele gegnerische Helden. Morella, Dorian, gammeln hier rum. Müssen alle weggemessert werden von Lino. Top, 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 top. Ach. So. Was wollen die Oga? Die wollen mir einen Krieg erklären. Da brauche ich keinen Beistand. Ja, mach doch. Wie heißen die? Augenschlucker. Na ja, das sind wohl Gourmets. Ja, erklär mir einfach random den Krieg. Ist okay. Wo sind die Hop-Goblins, wenn man sie braucht? Anhänger des Nagash. Technologie erforscht. Ragnik Spinnenklaue. Ja, mal gucken, ob ich mir den hole oder nicht. Blatt machen unverbrennen. Irgendeine Mission erteilt die mich nicht interessiert. So, du hast doch nichts... Oh, ist das schwierig. Nichts zu ein Level verdient. Das ist gut. Dann bekommst du von mir am besten noch Mauern beschädigen. So, wen haben wir denn hier? Dorian ist Stufe 1 und Dida ist auch Stufe 1. Ist auch egal, wenn ich da wegmesser, oder? 48%. 48%. Dann sage ich mal Ladies first. Och, Mensch. Sag es doch nicht so laut, wenn du es gar nicht machst. So, wo gehen wir als nächstes hin? Zum Hexenberg. Und dann geht es zur dunklen Festung. Okay, dann wissen wir unsere Reiseroute doch schon mal. Das ist doch wunderbar. Wie kommt man da hoch? Man muss die Straße hier nehmen. Okay. Dann blündert mal den ganzen Kasten hier. Ja. Schön weiter. So habe ich das gern. Jeder. Guck mal hier. Da ist eine Hochelfenflacke dran mit einem grünen Herz. Also, ich bitte euch. Es ist ja ekelhaft. Das muss weg. Das muss dringend weg da. So, okay. Wen haben wir noch? Skarsnick, ne? Ja. Ja, schneller. Wir brauchen dich dort oben. Ah, ah, ah. Zwerg in unseren Landen. Zwerg in unseren Landen. Puhi, Deifel. Ist das ekelhaft. Gebäudeverbesserung verfügbar. Forschungsverbesserung. Ja, ja. Also, was machen wir jetzt hier? Die Regrettierungsdauer senken. Das wäre so gut. Viel zu viel. Genau. Und mehr Kapazitäten. So ist es. Noch mehr Grün heute, bitte. Das hätte ich gerne. Todesklamm. Bessere Goldmine. Unbedingt. Wollen wir haben. Und Vorröte blindern. Gibt es mal hier im Düsterberg jetzt endlich auch. So. Nächste Runde. Das passt schon Speedplay mit mir jetzt gerade. Ach ja. Der Azagilein. Und seine gefühlte Total War Kampagne. Nein. So schlimm war es nicht. Äh. Krieg. Ja, ja. Komm. Ja. Alles klar. Ne. Brauche ich auch nicht die blutige Hand. Macht einfach das so. Kommt alle jetzt hierher. Ich bin ein bisschen zu mächtig geworden. Mag die KI nicht so. Dabei bin ich nur so mächtig, weil ich ein War habe. Wenn der weg ist, ist er weg. Plan Riktus hat sich jetzt endlich verabschiedet auf irgendeine Art und Weise. Plan Werms hat sich auch verabschiedet. Und wir haben eine Siedlung belagert. So, dann tu das mal. In 13 Runden geben die auf. Okay. Konzentration auf Kavallerie ist mir auch egal. So, Skarsnick. Wie weit bist du denn noch weg von der Notfallzone? So. Schnell kommen die da nicht in unsere... In Karagrasiak rein. So viel steht fest. Karagrasiak hat das Beste, was ich an Mauern haben konnte, errichtet und Zeug und Gedöns. Also von daher, ja. Was soll ich denn sagen? Da geht einfach nicht mehr. Kommandanten wurden nicht bewegt. Das wollen wir jetzt gleich mal ändern. Und gleich mal wieder blündern und Brandschatzen. So wie es sich für uns Orcs einfach gehört. Dann wirst du jetzt erst einmal in den normalen Laufmodus gehen. Dann gehst du da hoch. So, dann haben wir den anderen dabei. Der ist schon automatisch dabei. Wunderschön. Große Armee steuern. Automatisches Gefecht. Brauchen wir nicht lange überlegen. Die Hochelfen kriegen wir hier auch weg. Und die Kiste wird ausgeraubt. Und dann wird die Kiste von uns besetzt. Das macht natürlich mega Unzufriedenheit, ne? In den eigenen Reihen. Nur für euch zur Info. Du gehst wieder in eine normale Haltung. Laufst ein Stück und verschwindest im Hinterhalt. Und du kriegst auch wieder auf ein Bein. Diese Fähigkeit hättest du auch gerne. Wenn der anderes hat, will ich es auch haben. So. Orglock, du hast ein Level ab. Wie schön. Machen wir dich erst einmal besser oder deine Truppen? Das ist die große Frage. Dann mach mal noch deine Orks besser. Die hast du ja auch dabei. So ist es ja nicht. Okay. Schwert des schnellen Todes haben wir bekommen. Okay. Zweimal oder was? Und noch ein Rückenbrecher. Und ein Geflügel und Bekloppen. Die finde ich am allergeilsten. Ein Dreimer noch. Wow. Da haben wir jetzt richtig viel bekommen. Hilfe. Was soll ich mit dem ganzen Squoosh machen, Leute? Ähm. Äh. Ein verzaubertes Objekt haben wir natürlich nicht, ne? Ja, nix mehr frei. Okay. Ähm. Skarsnick. Nö, auch nicht. Super. Dann der hier. Nix. So. Du könntest doch diese Waffe hier bekommen. Das Schwert des schnellen Todes. Nimm die doch mal bitte. Dass du auch mal ein bisschen Chancen hast hier. Ne? Unterstützung. Ah. Den Treiber kannst du bekommen. Ja, dann nimm den mal bitte mit. Da wird sich unser Orly natürlich über den Treiber erfreuen. So. Ähm. Kirchendingens. Was ist mit dem eigentlich? Der hat auch noch nix. Hier, guck mal. Eine Energiespruchrolle. Die kannst du doch wunderbar mitnehmen. Einen Rückenbrecher. Das ist doch super. Mehr magische Gegenstände. Ein super Plünderer. Da kann ich sie hin tun. Gut, dass ich das jetzt erst mache, nachdem ich meine offensiven Aktionen vollzogen habe. Ja. Naja. Ja. So, hält nicht bewegt. Das ist richtig. Lino. So, nachdem die Dame nicht so erfolgreich war, oder die Aktion gegen die Dame nicht so erfolgreich war, bitte einmal hier drauf. Und Attentat. 73%. Da würde man sagen, von hinten in den Rücken, zack und weg. Ja, so wollte ich das sehen von dir, Lino. Genau so. So, wir haben einen Haufen Geld und beschädigte Gebäude, aber das macht nix. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Das wird jetzt hier erstmal repariert. Hier gibt es Gold. Das ist gut. Und hier gibt es auch eine Verteidigungsanlage. Alles klar. Wir haben richtig viel Kohle, um auch in der Silberstraße eine bessere Verteidigung hinzubekommen. Das ist wichtig, dass wir das haben. In Schwarzfels möchte ich das bitte auch. In Rippengrad bitte mehr Einnahmen. Unbedingt. Schnell. Und du bekommst auch Verteidigungsanlagen-Krom-Gipfel. Ach, der Turm von Gorgoth gehört noch eben, den muss ich noch auf die Mütze hauen. Das darf ich nicht vergessen. Den muss ich noch so irgendwie beim Zurücklaufen, muss ich den verprügeln, den Dude. Den Anführer von der Fraktion. Wir essen das eigentlich. Gritzgutz, okay. Gritzgutz, du musst noch auf die Mütze bekommen. Okay, ich verstehe. Was mache ich denn mit dem Silberpfeiler? Sprich. Nochmal mehr Einnahmen. Mehr Wirtschaft, mehr Geld brauchen wir, definitiv. Okay, dann beenden wir auch diese Runde. Schneller geht's nicht. Nicht vergessen, ich mache es mal zwischendrin. Wenn euch diese Videos gefallen, auch wenn es jetzt nicht so nach einer Schlacht aussieht, liken, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Da drüben ist er, ne, der Dino, auf den er klicken dürft und, ähm, ja, wird jetzt auch schon Stellaris laufen, wenn dieses Video raus ist. Was willst du jetzt? Krieg beitreten gegen wen? Eisenstirns Expedition. Die sind da unten. Bö, einverstanden. Von mir aus. Für einen Stamm. Wart auch immer. Hör auf, deine Siedlung zu verlieren. Das wäre schon mal sehr nett. Hinterhalt wurde verhindert. So war es aber auch. Jetzt bin ich ja echt schockiert. So, die Prozente sollten natürlich jetzt schlecht sein. Dann sind sie auch. 23 Prozent. Okay, dann wollen wir mal weitergehen. Also, wir müssen zur dunklen Festung. Wie viele Siedlungen habt ihr denn noch jetzt? Die Ritter von Kaledor haben noch fünf weitere Siedlungen. Die sind also noch lange nicht, noch lange nicht vorbei. Das heißt, ich muss tief in ihr Land eindringen, damit das alles klappt. Die Frage ist, dann darf ich jetzt das nicht machen. Ich muss jetzt erstmal, leider Gottes, es geht nicht anders, in die Richtung, sein Land hier blündern und hoffen, ihn irgendwo zu erwischen, den ihren Anführer, wenn der noch überhaupt da ist. Ich könnte mich... Nein, ich bleib zusammen. Dann gehst du jetzt in den Hinterhalt mal. Spionier mal ein bisschen, bitte. Wo ist der Dude? Ich hatte ihn noch gesehen. Ich hatte ihn noch gesehen. Wahrscheinlich ist er irgendwo ausgerückt, der Verrückte. Wir werden ihn schon finden. Früher oder später. So, weil es Grenzgebiet ist. Erstmal hier ein bisschen was ausbauen. So, wie weit können wir hüpfen? Wir kommen nicht darüber. Ja, beeil dich, Skarsnake, bitte. Wir haben nicht mehr ewig Zeit hier. Gott. Die Sallen des Krongli, die werden jetzt mal ausgebaut hier. Die schreien mich schon die ganze Zeit an. Bitte baue mich aus. Dann wollen wir es auch tun. Es gibt immer so ein bisschen mehr da dafür. Ja, ich weiß, was mir die Zeit wegläuft wegen dem War. Deswegen, die Reise da jetzt in den Norden ist ein Luxus. Vielleicht schaffen wir es mit dem War diesmal nicht. Ein War kann auch scheitern. So ist das. Aber dieses Land da zu sichern, das wäre sehr, sehr wichtig. Oder die Provinz halt auch, ne? Und wir bekommen dann nochmal so einen Anführer, der nicht drauf gehen kann. Das ist nicht so verkehrt. Ihr seht ja, wie schnell das gehen kann in dem Spiel. Was möchtest du denn jetzt? Ein Nicht-Angriffspakt mit denen. Nein. Da muss, da muss Glitzerkram fließen. Gehorsam für alle Provinzen oder Führerschaft. 750 aus meiner Schatzkammer rausnehmen. Ich bin der Boss. Ist mir egal, ob die ein bisschen ängstlicher werden. So. Jetzt aber. Jump, mein Freund. Und zwar hier rüber. Hopp. Ich will, dass du dir hier blatt machst, Skarsnick. Wir sind nah dran. Wir sind wirklich nah dran. Schaffen es hoffentlich noch rechtzeitig. Es wird echt knapp. Ja. Spielen wir mal ein bisschen weiter. Wo ist der Typ? Girkutz, da oben bist du. Sehr schön. Gut, dass ich dich gefunden habe. Hallöchen. Guten Tag. Musst du jetzt eigentlich so weit weg gehen? Das ist nicht gut. Dann müssen wir uns doch aufteilen. Das hat jetzt keinen Wert mehr. Mit dir. Ja, Time for das Lothar. Los, Kavallerie. Nutzt die Straße. Noch neun Runden, bis ich die Hauptstadt einnehme. Deswegen muss ich jetzt eilen, die erstmal zu finden überhaupt. Wird schon mal interessant. Okay. Gebäudeverbesserung verfügbar. Schauen wir uns das mal an. Oh, ist das nervig, Leute. Jede Runde guckt der doch da rein. Es ist zum Schreien davonlaufen. Ich könnte hier jetzt auch mal anfangen, ein bisschen was fürs Militär zu tun. Da komme ich zu den Arachnoroks. Gött. Ähm, Karakdron, du wirst auch noch ausgebaut. Und nächste Runde. Der Alaric Ranulfson hat sie einen weiten Weg hierher gemacht, um mich zu ärgern. Mal schauen. Ob wir Karakrasiak von dieser Umklammerung der Zwerge befreien können. Und ob wir dann irgendwann mal auch anfangen können, ein paar Bäumchen zu fällen. Mit denen bin ich ja immer noch im Krieg da. Die haben da einen Walz gespreadet, der ist ja ekelhaft. Das wird erstmal, ja wie soll ich sagen, da werden Hütten draus gemacht. Und das warm ist im Berg, ne? Traum mal Holz. Warum unsere Bäume nehmen, wenn wir die anderen nehmen können, sagt die Krone. Ach, hast du die Belagerung abgebrochen? Oh, hast du Angst bekommen vom Skarsnik? Wir sind Einmarsch gegangen. Hm. Ich hätte gern das Wachstum. Mir egal. Wir nehmen Flüchtlinge auf. Technologie erforscht. Sehr schön. Ich komme nicht dran. Ich könnte hinterher hüpfen. Oder ganz fies hier im Hinterhalt bleiben. Wie stark sind die denn? Ich denke nicht so. Hm. Schlechtet das nicht, was er da hat? Gehen! Hm. Bleib mal hier im Hinterhalt. Dann würde, zumindest wenn er wiederkommt und so blöd ist. Und manchmal ist es die KI tatsächlich. Genau hier reinlatschen. Okay. Wo ist denn der jetzt? Hat's den zerlegt oder was? Sieht ganz so aus, dass der hinfortgegangen ist. Sehr schön. Haben wir auch verhindert. Ja, wenn wir dem jetzt den Krieg erklären würden. Tja, schade. Ich habe gehofft, ihn zu erwischen. Ich habe gehofft, ihn zu erwischen. Naja, Turm von Gorovs ist ja nicht gut verteidigt. So, Gyrgotz. So sieht's jetzt aus. Du bist so gut wie weg. Hast ja nicht gut gewirkt. Und dann gibt's jetzt halt ihr eben auch auf die Mütze. Und tschüss. Ich möchte, dass es nur besetzt wird. Einen weiteren Rückenbrecher. Provinz haben wir jetzt auch gesichert. Wunderbar. Wachstum und Kontrolle. Von mir aus können diese Sachen drinbleiben, die jetzt bis hier sind. Aber ich will hier mehr Verteidigung haben. Arzak, geh mal kurz aus der Armee, äh, aus der Stadt hier raus. Ich möchte nicht, dass du erwischt wirst. Und was mache ich dann jetzt von, mit dir und mit deinen ganzen Fähigkeiten noch? Ja, auf den Nimbus zu gehen, wäre auch nicht so verkehrt, würde ich sagen. Weiter ein bisschen hier mehr Lebenspunkte zu bekommen, wäre aber auch nicht schlecht. So, was kannst du hier machen? Der Bus auf dem Feld. Hm, das ist nicht schlecht. Ja, das mache ich eh nie. Ja, das hat er eben nicht. Der Bus auf dem Feld. Ja, dann machen wir so. Unterstütz unsere Armee noch weiter. Das ist schön, das möchte ich haben. Okay. Gott. Die dunkle Festung hat tatsächlich mehr Verteidigung. Ich denke mal, die Hinterhaltschance ist relativ gering hier. Ich stelle mich knapp da davor. Ah, Mist. Ah, Mist. Hallo, mein Freund. Zu spät gesehen. Dagegen muss ich reagieren. Schande. Ist er mir einfach im Rücken gehüpft hier. Die Nudel. Weitere Forschung. Ist verfügbar. Unterhalt für alle Einheiten. Sehr gut, weil ich brauche bald eine neue Armee. Aber, ja, Einnahmen reichen dafür noch nicht. Mhm. Nochmal mehr Einnahmen. Düsterberg. Wichtig. 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 Schwierig. Echt, Leute. Ne, komm. Wir behalten dieses Geld einfach. Wir behalten dieses Geld. Hm, 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 hm. Gilt die dunkle Festung als deine Hauptstadt? Kann man nicht das irgendwo sehen? Ich glaube es aber nicht. Okay, dann lassen wir mal schneller Handel. Gehen wir mal schnell rein, ob wir irgendwas machen können. Die Anhänger des Nagash wollen was mit mir machen. Okay, das ist gut, weil Geld kann ich immer gebrauchen. Schneller Handel. Mal mit dir. Was du willst. Ups. Den Nicht-Angriffspakt. Den nehmen wir mal. Bezauwärts, was du wünschst. Ich kann es dir einfach geben. Ich kann es dir einfach geben. Ja. Okay. Wir sind stärker an Platz 1 übrigens. Nur mal kurz erwähnt. Egal. Egal. Eine letzte Runde machen wir noch. Komm, eine letzte Runde. Eine letzte Runde muss noch sein. Kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, was gleich passiert. Ja. Eine entscheidende Niederlage. Ich meine, gegen die Armee kann ich jetzt. Also nicht mal im Ansatz mehr. Da kann ich nichts tun. Verliere ich leider schon wieder. Mist. Ah, wir haben was gehabt. 467 Verluste der Feind gehabt. Das hätte ich wahrscheinlich gar nicht so gut hinbekommen können. Also ist der Hexenberg wieder in den ihrer Hand. Okay? Hm. Ich musste aber die Armee in den Norden abstellen. Es ging nicht. Ihr habt es ja gesehen. Wieso erklären die mir jetzt einen Krieg? Kann mir das mal einer bitte erklären? Ja, dann nehme ich die blutige Hand mit. Ho, 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 ho. Das wird ja richtig interessant, Leute. Uff. Auch jetzt noch die Vampirfürsten. Okay, sie haben sich für das Blündern entschieden. Okay. Alles klar. Von mir aus. Ah, zack. Ja. Das wurde hier eingenommen. Überall kann ich nicht gleichzeitig sein. Am Hexenberg befindet sich die große Armee des Gegners. So, da steht jetzt so, dass er... Ja. Wie konnten die so weit kommen? Ich weiß es nicht. Nino, geh mal da weg. Ich kann so Moves wie die KI auch, ne? Reicht knapp nicht. Das ist gut. Okay. Sie werden Oglock angreifen, wenn er stehen bleibt. Wenige Leute hat Oglock nicht. Genau. Wo hast du denn? Genau. Du blinderst hier. Nimmst die Boni aus dem Lager mit. Und Skarsnick... ...wird dann jetzt den Angriff gegen die Zwerge führen müssen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Wir haben viel Schrott. Könnte ich ja mal was machen, ne? Schießen sie schneller. Höhere Reichweite. Die Reichweite ist gut genug. Ihr kriegt mal die Hautbeutel. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Das will ich jetzt aber noch rausfinden, wie das aussieht. Ich mag ein gutes Land. Ah, er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück. Und jetzt habe ich ihn im Feindesland sozusagen gestellt. Komm. Das wäre nur ein Führersieg. Okay, passt auf. Das habe ich jetzt gespeichert. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Dann geht es hier ordentlich gegen die Stumpens los. Interessante Feldschlacht, würde ich mal behaupten. Mal gucken. Der Rückzug von ihm ist nicht unbedingt notwendig gewesen. So schlecht sind die nicht. Also, wir sind besser, meiner Meinung nach. Aber so schlecht sind die jetzt auch nicht da drüben. Haben auch ein bisschen Erfahrung hier. Also, Karak-Girn. Ja, wenig Gehirn, ne? Nein, Spaß beiseite. Also, jo, okay. Wir müssen echt schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Ohne Witz. Also, ja. Ah ja, die ermöglicht magische Angriffe. Gehen wir mal Arachna-Rock. Verursacht Angst und bla. Und, ja. Kriegst du. Okay. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und Ex-Astress Gentia. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.